Schnelle Karren, hübsche Frauen und muskelbepackte Typen, all das ist mittlerweile Fast & Furious. In Teil 8 wollen sich die Macher jetzt ein bisschen mehr auf die Anfänge besinnen und stellen die Autos wieder in den Vordergrund. Regisseur F. Gary Gray hat in einem neuen Video gerade eine der Karren vorgestellt und hier hört mal den Sound. Das ist ein Lamborghini aus Fast & Furious 8, 1200 PS unter der Haube. Wir haben aber noch mehr Autos für euch. In einem 15-minütigen Video könnt ihr euch auf film.tv angucken, was so in der Garage von Fast & Furious 8 steht. Übrigens ein Gesamtwert in dieser Garage von 17 Millionen US-Dollar. Also da sind wirklich wahnsinnige Karren dabei, unter anderem auch das ein oder andere Muscle Car. Checkt das jetzt aus, film.tv und wenn ihr schon mal da seid, tragt euch direkt in unseren Verteiler ein. Dann schicken wir euch demnächst alle neuen Trailer und News direkt auf euer Handy, entweder per WhatsApp oder auch per Facebook Messenger. 10.tv Unser Land wird über diese Nacht definiert. Wir müssen die Perch beenden. Während der eindruckendste Perch nach einer Zeit näher rückt, führten viele um die Sicherheit der umstrittenen Senatoren. Wir müssen etwas unternehmen gegen diese Senatoren. Okay, fangen wir an. bis zur Zeit! Bis zurzeit! Vielen Dank.